BIOORGANISCHE Waffen sind eine globale BIOORGANISCHE Waffen sind eine globale Bedrohung allen Nationen zusammen, wir tragen nicht zu hoffen, wir müssen die Wissen an die Wahrheit ans Licht zu bringen, wir werden alles um die Fakten offen zu legen, verursacht oft zu verzeichen, wenn wir überhaupt eine Chance haben, wir werden immer richtig lieben, bleiben Sie wo Sie sind, Herr Präsident! Zwingen Sie mich nicht! Das ist alles meine Schuld Ich... ich hab das getan Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan? Zum Glück sind Sie beide okay Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper, sie ist seit letztem Jahr beim Seafood Service Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht Ich hab den Präsidenten erschossen Wie, wir waren schon infiziert, als wir ihn gefunden haben Leon, er hatte keine andere Wahl Er hat mein Leben gerettet Gott, steh uns bei Okay, ich erstatte Bericht Und Sie machen, dass Sie da sofort... Wegkommen Der Virus hat sich schon drei Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet Und lässt sich nicht aufhalten Vereint Sie sich! Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale Agent Kennedy hatte eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt Leon, ist das wahr? Ja, ich glaube, ich habe da was Verstanden Ich suche den sichersten Weg hinaus Bleiben Sie auf Empfang Ich hab eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon Adam Es tut mir leid Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle Glauben Sie mir nicht Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind Okay? Okay Hier auch Das Gerät außer Kontrolle Ich bin ein paar Sünden 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 Das Gerät aus Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Hier sollte der Empfang stattfinden. Jetzt wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Überlebende gibt? Ich hoffe es. Unfassbar, dass sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Der Vorfall an Raccoon City. Sie haben ihn überlebt. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu Ihrer Kathedrale. Aber wenn Sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit Ihrer Freiheit. Ich weiß. Was war das? Finden wir es heraus. Gehen wir. Da hinten. Halt! Nicht schießen! Alles okay? Der Nebel. Was? Nebel. Hier aus dem Nichts. Ries! Warten Sie! Lassen Sie mich! Das ist zu gefährlich. Meine Tochter! Sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun! Okay. Verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liss! Ist das Ihre Tochter? Gut. Suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Liss! Wo bist du? Was war das eben? Oh Gott! Sie haben Angst. Wer hat das Licht aufgemacht? Aufpassen! Nein! Oh Gott! So ist das schon. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was für ein Wind. Wir müssen sie finden. Werden wir. Folgen Sie uns. Liss, bis. Antworte mir. Hier ist Eddie, Liss. Liss, Liss, Liss. Alles okay? Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Not am Handy, unterbrochen. Sie muss hier sein. Ganz sicher. Wir müssen den Aufzug wieder in Gang setzen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Oh, danke. So, finden wir Liss und verschwinden von hier. Liss? Liss, bist du das? Liss, bist du das? Das ist, bist du das? Liss, bist du das? Liss, bist du das? Vorsicht Lys! Papa? Wo sind Mama und Liam? Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Wie kommen wir hier raus? Für die unterirdische Parkgarage. Der Aufzug ist da vorn. Hoffentlich funktioniert er noch. Wie gut, dass sie hier waren. Alles wird gut, Lysi. Du kommst wieder in Ordnung. Papa? Wir sind fast da. Lys? Der Strom. Oh mein Gott. Ah bah! Das ist das, was wir hier raus. Vielen Dank.